Das ist Teil 4 des Freunde fürs Leben Bar Talks. Mit Paula Schwarz und der heißt Gesichtsgymnastik. Ich nenne den Begriff und du machst ein Gesicht dazu. Der erste Begriff ist fasziniert. So. Okay. Ängstlich? Den hier. Oder den. So ist auch gut. Dass ich selber beschütze. Begriff Nummer 3 ist Stolz. Superhero. Zufrieden? Aufgeregt? Traurig? Erschöpft? Und voller Tatendrang. Genau. Losziehen und gleich wieder was machen. Ja. Vielen Dank, Paula Schwarz. Danke, Markus Kafka. Danke, Sarah. Danke. Danke. Danke, Andreas.